Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu einem Sommergruß. Schön, dass du dabei bist. Wir begrüßen den Sommer, machen uns fit und bereit für die warme und schöne Jahreszeit. Und wir starten mit einem Kräftetanken und das Ganze in einer kleinen Gräte. Streck deine Knie und aktiviere deine Körpermitte, zieh den Bauchnabel sanft nach innen, Brustbein anheben, Schultern tief sinken lassen und jetzt beide Arme nach oben, die Handflächen zeigen in Richtung Boden und heb deine Fersen vom Boden ab. Das kann nur etwas sein, das kann auch etwas höher sein und versuch diese Position ein paar Atemzüge zu halten. Nase ein, Mund aus und immer länger aus als ein. Sehr schön. Wenn du wackelst, ist das genau richtig. Wackeln ist natürlich erwünscht, dann wirst du gleich stabil. Eine Übung für ein gutes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Mit dem nächsten Ausatmen ganz langsam nochmal deine Arme sinken lassen, die Knie etwas anbeugen, beide Arme schwingen, ganz entspannt nach vorne und geh ruhig etwas mit mit deinen Knien. Und jetzt schau mal, was ich mache. Ich kippe mit dem Brustbein so ein Stück in Richtung Sonne. Also einmal aufmachen, Bauch fest, jawohl. Nochmal, ganz locker. Noch einmal beide Arme oben halten, Stopp. Den rechten Arm jetzt locker nach unten, dann den linken Arm locker nach unten und nochmal rechts. Beug jetzt dein Oberkörper zur Seite. Lass die Knie in Richtung Fußspitzen zeigen. Das macht uns locker, macht die Gelenke warm. Jede Seite noch einmal. Und dann beide Arme nochmal vorne tief, Brustbein heben. Gleich nochmal. Und nochmal rechts und links im Wechsel. Einmal rechts und einmal links. Und nochmal beide nach vorne, Brustbein heben. Und Brustbein. Und rechts und links. Oberkörper geht zur Seite. Gleich nochmal. Und Brustbein. Und Brustbein. Rechts und links. Hin und her. Noch einmal. Und Brustbein. Und Brustbein. Rechts und links. Und hin. Allerletztes Mal noch. Locker. Locker. Und rechts und links. Und dann bleibst du hier. Schiebst deine Arme mal rechts und links nach oben. Und jetzt trete mit deinen Füßen mit. Räkel dich in Richtung Himmel. Ganz locker. Ich mache uns so ein bisschen Musik an. Und du gehst einfach mal weiter. Rechts, links. Genau. Arme locker. Atme nochmal ein. Und aus. Ein. Mach nur weiter. Und aus. Ein. Gleich nochmal. Letzten zwei noch. Bauch fest. Letztes Mal. Ohne Arme. Rechts, links. Und jetzt ruhig deine Hüfte einladen, sich mitzubewegen. Versuch über die Fußspitze, Ferse abzurollen. Lass deine Arme schwingen. Ganz leise hin. Dass dir warm wird. Vielleicht ist dir schon warm. Mach weiter. Immer wieder. Schau mal, was ich mache. Hin. Her. Cha, cha, cha. Hin. Her. Cha, cha, cha. Probier es mal. Her. Cha, cha, cha. Hin. Her. Cha, cha, cha. Gut. Hin. Her. Noch mal. Nochmal. vier noch, hin, drei, zwei, letztes Mal und jetzt nur die zwei Schritte, zwei, links und das Ganze nochmal schneller, genau, hin und her, Hüfte und ein Becken mit, immer weiter, Spannung im Bauch, vier noch, drei noch, zwei noch und dann gehen, gehen, komm rück zur Mitte, so und wenn du möchtest, natürlich deine Hüfte, dein Becken mit einladen sich zu bewegen, vielleicht in so einer liegenden Acht, gut, jetzt schauen wir, was ich mache, rechts vor, links vor, mach mal mit, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß, linker, Hüfte, immer noch, vier noch, vier, drei noch, das Ganze jetzt nochmal rechts und links, rechts, links, und nochmal nach vorne, zu mir, zur Seite, super, nach hinten, schau mal, rück, rück, und jetzt nochmal zur Seite, super, nochmal nach vorne, komm, vor, Seite, hinter, nach vorne, nur zwei, Seite, hinter, Seite, noch mal vor, immer lockerer werden, ganz egal, wie es aussieht, einfach Spaß haben, bewegen, vor, und da bleiben, tief einatmen, nach oben, und nochmal so richtig aus, nochmal ein und aus, hier bleiben, am Platz gehen, 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 jetzt nochmal in die Gräte, Knie nach außen, langsamer, langsam, rechts, links, und vielleicht, und vielleicht magst du jetzt dein Becken, ein bisschen hin und her bewegen, einfach nur dein Gewicht verlagern, und lass deine Arme, den Sommer begrüßen, winken, ganz entspannt und locker, Ellbogen führt die Bewegung, immer noch, ganz weiche Arme, kleiner werden, Schultern, einfach bleiben, hier in der Grätsche, Schultern zurück, Beide Arme nach oben, ein und aus, kannst du dich erinnern? Schau mal, Brustbein, jetzt nochmal, rechts, linker Arm, rechts, und beide, rechts und links, und jetzt bleibst du dann oben, stopp, Schultern tief, Knie strecken, Fersen heben, Versuch nochmal so richtig, Körperspannung aufzubauen, deine Körpermitte wahrzunehmen, die Balance zu spüren, Nase ein, Mund aus, lass ganz locker, komm auf die Fersen, tauche mit dem Brustbein ein, und roll dich auf, Eintauchen, aufrollen, Wirbelsäule bewegen, Noch einmal, unten bleiben, hier bleiben, dein Rücken rund und gerade, nochmal ganz rund, ganz gerade, und noch einmal, ganz gerade, wenn du bist, richtest du dich auf, nach oben, lässt locker, schüttel dich nochmal so richtig durch, Nimm deine Beine, während du dich schüttelst, in die Hüftbreite Position, richtig durchlockern, nochmal einatmen, strecken, geht's gut, und ausatmen, so richtig lockern, Brustbein aufmachen, und entspannen, Vielen Dank fürs Mitmachen, den Sommer begrüßt, ich hoffe doch, und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, wenn ja, klar freue ich mich über einen netten Kommentar unten, über ein Gefällt mir, wenn du Lust hast, kannst du meine Arbeit wertschätzen, vielen Dank, der Link wäre auch da unten, da steht deine Unterstützung, und wenn du draufklickst, kannst du auswählen, mit wie viel im Monat, 250, 5,20 Euro, was es dir wert ist, auf jeden Fall danke, und klar freue ich mich, wenn wir uns ganz einfach so beim nächsten gemeinsamen Training wiedersehen, bis dann!